Hey Kusam und willkommen zu einem neuen Deep Dive. Ja, hallo. Heute begeben wir uns auf eine Zeitreise. Aha. Zurück in die Welt der Pixel. Okay. Und der quietschbunten 8-Bit-Grafiken. Spannend. Eine Welt, die für Medienwissenschaftsstudenten wie euch besonders spannend ist. Auf jeden Fall. Die Welt des Atari Swain Oil 600. Was diese Konsole so faszinierend macht, ist, dass sie mehr als nur ein Spielzeug war. Sie war ein echter Game Changer. Absolut. Und heute nehmen wir uns die Zeit, diese Revolution Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Genau. Wir haben dafür eine ganze Reihe an Quellen zusammengetragen. Okay. Artikel, historische Dokumente und sogar ein paar persönliche Anekdoten. Wow. Von Atari Veteran. Spannend. Okay, also gleich eintauchen. Ja. Wie ist diese legendäre Konsole eigentlich entstanden? Atari war ja damals schon bekannt für POM. Richtig. Aber mit dem Swain 600 600 wollten sie einen ganz anderen Weg einschlagen, oder? Genau. POM war zwar ein Hit, aber es war immer ein einziges Spiel. Ja. Fest in die Konsole integriert. Okay. Atari wollte mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten, verschiedene Spielerlebnisse bieten. Verstehe. Ein bisschen so, als ob man von einem Kassettenrekorder zu einem CD-Player wechselt. Plötzlich eine riesige Auswahl an Musik zur Verfügung hat. Ein sehr guter Vergleich. Und der entscheidende Moment für diesen Wandel kam 1970 auf der Wescon. Aha. Einer großen Elektronikmesse. Chuck Paddle stellte dort den 6.502-Mikroprozessor vor und das zu einem Preis, der ihn für Atari erschwinglich machte. Aha. Also ein echter Wendepunkt. Definitiv. Dieser Mikroprozessor ermöglichte Atari, eine vielseitigere Konsole zu entwickeln, bei der nicht jedes Spiel fest verdrahtet sein musste. Das war die Geburtsstunde des Cartridge-Systems. Cartridges, also die Spielmodule, die man in die Konsole stecken konnte. Geniale Idee. Aber lass uns mal über die Technik hinter dem Atari 2 Summer Red 600 sprechen. Was waren denn die größten Innovationen? Wo lagen die Grenzen? Naja, die technischen Rahmenbedingungen waren schon eine Herausforderung. Der Atari 2600 hatte nur 120 Bytes RAM. Das ist heute weniger Speicherplatz als ein einzelnes Emoji auf eurem Smartphone benötigt. Wow. Dazu kam eine erste 19 MHz CPU und eine einzigartige TV-Schnittstelle, die extra für die Konsole entwickelt wurde. Wow, 120 Bytes. Da mussten die Entwickler ja wirklich jeden einzelnen Pixel umdrehen, um überhaupt etwas auf dem Bildschirm zu zaubern. Stellt ihr vor, mit diesen minimalen Ressourcen ganze Spielwelten zu erschaffen. Aber genau das hat die Atari-Ingenieure zu unglaublicher Kreativität angespornt. Na, das macht erfinderisch, sagt man ja so schön. Was haben sie denn für Twix aus dem Hut gezaubert? Sie entwickelten zum Beispiel den Stellar-Chip, benannt nach dem Fahrrad seines Entwicklers. Dieser Chip war das Herzstück des Atari 2600 und verantwortlich für die Darstellung der Grafiken und Sounds. Okay, aber was genau macht denn so ein Chip? Ich meine, abgesehen davon, dass er nach einem Fahrrad benannt ist. Einfach gesagt ist ein Chip sowas wie ein Mini-Computer auf einem winzigen Stück Silizium. Der Stellar-Chip war sozusagen das Gehören des Atari, das alle Berechnungen für die Spiele durchführte und die Signale für den Fernseher generierte. Ohne den Stellar-Chip gäbe es kein Pac-Man, kein Space Invaders, keines der Spiele, die den Atari 22600 berühmt gemacht haben. Wow. Klingt nach einem echten Multiterrant. Definitiv. Aber die Programmierer mussten trotz des Stellar-Chips mit einigen Hürden kämpfen. Zum Beispiel gab es keine vertikale Synchronisation, was bedeutete, dass sie den Bildaufbau des Fernsehers genau timen mussten, um ein stabiles Bild zu erzeugen. Ja. Und dann war da noch der ungewöhnliche Polynomialzähler, der für die Positionierung der Objekte zuständig war. Das klingt jetzt wirklich sehr technisch. Ja, das stimmt. Aber was wichtig ist, die Programmierer mussten sich alle möglichen Tricks einfallen lassen, um die technischen Grenzen der Konsole auszureizen und trotzdem ansprechende Spiele zu entwickeln. Zum Beispiel? Eine Technik nannte sich Racing the Beam. Einfach gesagt, mussten die Programmierer den Elektronenstrahl des Fernsehers so manipulieren, dass er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um bestimmte Grafikeffekte zu erzeugen. Stell dir vor, du musst ein ganzes Bild malen, bevor der Fernseher es aktualisiert, Pixel für Pixel wie ein Wettlauf gegen die Zeit. Klingt ja echt spannend. Also trotz der technischen Beschränkungen eine ziemlich innovative Konsole. Absolut. Und diese Innovationen waren entscheidend für den Aufstieg des Atari 2600. Aber bevor wir dazukommen, müssen wir erstmal klären, wie die Spiele überhaupt auf die Konsole kamen. Hier kommt die revolutionäre Idee der Spielmodule ins Spiel. Genau, die Cartridges. Mit ihnen konnten die Spieler ganz einfach neue Spiele in ihre Konsole einstecken und so in verschiedene Welten eintauchen. Das war ein absoluter Wendepunkt im Vergleich zu den fest integrierten Spielen vorheriger Konsolen. Stimmt. Das war für die damalige Zeit revolutionär. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute Schlange standen, um sich die neuesten Cartridges zu holen. Aber wenn ich mich richtig erinnere hatte, hatte der Atari 2600 anfangs mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen, oder? Ja, das stimmt. Die ersten beiden Jahre waren für Atari nicht einfach. Die Verkaufszahlen waren enttäuschend und das Unternehmen machte Verluste. Man muss bedenken, dass Videospiele damals noch ein relativ neues Medium waren. Ja. Und der Markt noch nicht so etabliert war wie heute. Das heißt, der Atari 2600 war ein bisschen ein Risiko, ein Sprung ins Ungewisse? Absolut. Aber Atari glaubte an die Idee der Cartridge-basierten Konsole und an das Potenzial von Videospielen als Unterhaltungsmedium. Und dieser Glaube sollte sich auszahlen. Und was war der entscheidende Moment, der den Atari 2600 zum Erfolg katapultierte? Der Durchbruch kam 1977 mit der Veröffentlichung von Space Invaders. Ah ja. Dieses Spiel, das ursprünglich aus den Spielhallen kam, wurde zum absoluten Killer-Rap für den Atari 2600. Und löste einen wahren Hype aus. Space Invaders ist ja klar der Klassiker. Ich erinnere mich, wie ich als Kind stundenlang vor dem Fernseher saß und versucht habe, die Alien-Horden abzuwerben. Aber was war so besonders an Space Invaders? Warum war es gerade dieses Spiel, das den Atari 2600 zum Erfolg führte? Space Invaders war mehr als nur ein Spiel. Es war ein kulturelles Phänomen. Es war eines der ersten Spiele, das die Massen begeisterte. Und den Menschen zeigte, welches Potenzial in Videospielen steckt. Es war einfach zugänglich. Aber gleichzeitig unglaublich fesselnd. Man musste einfach weiterspielen, seinen Highscore knacken, die Aliens besiegen. Das kann ich gut verstehen. Aber hinter diesem Erfolg steckte ja nicht nur ein gutes Spiel, sondern auch die harte Arbeit der Entwickler, die mit den begrenzten technischen Möglichkeiten des Atari 2600 zurechtkommen mussten. Absolut. Die frühen Cartridges hatten nur zwei Kilobyte Speicherplatz. Ja. Das ist wirklich unglaublich wenig. Programmierer wie Bob Whitehead mussten sich da einiges einfallen lassen, um komplexe Spiele auf diese winzigen Module zu packen. Zwei Kilobyte. Das ist ja winziger als die kleinste Datei auf einem Computer. Ja. Wie haben die das denn geschafft? Sie nutzten jeden Trick, den sie finden konnten. Sie schrieben zum Beispiel Spieleobjekte on the fly neu. Das heißt, sie änderten den Code des Spiels, während es lief, um Speicherplatz zu sparen. Und sie erfanden die Flickertechnik, um mehr Objekte gleichzeitig darzustellen, als eigentlich möglich war. Flickertechnik. Das klingt ja so, als ob die frühen Atari-Spieler ständig mit fleckernden Bildern zu kämpfen hatten. Ja, das Fleckern war ein Nebeneffekt dieser Technik. Ja. Aber es ermöglichte den Entwicklern komplexere Spiele zu erschaffen, als es mit den eigentlichen technischen Möglichkeiten der Konsole möglich gewesen wäre. Und dann gab es noch die legendäre Venetian Blinds Technik. Venetian Blinds. Wie Fenster-Jalousien. Was hat das denn mit Videospielen zu tun? Es klingt vielleicht verrückt, aber diese Technik wurde erfunden, um ein Schachbrett darzustellen. Echt? Das schien damals eigentlich unmöglich. Ja. Da der Atari 2600 nicht genug Pixel hatte, um alle Felder gleichzeitig anzuzeigen. Unglaublich. Und wie funktioniert diese Technik? Die Programmierer haben die einzelnen Schachbrettfelder quasi auf abwechselnden Bildzeilen dargestellt. Das menschliche Auge nahm dann das gesamte Schachbrett wahr, obwohl eigentlich nur die Hälfte der Felder gleichzeitig angezeigt wurde. Wow. Es war eine geniale Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem. Wow, das ist ja echt clever. Diese ganzen technischen Einschränkungen haben also zu einer unglaublichen Welle der Kreativität geführt. Genau. Und dadurch wurden Spiele entwickelt, die bis heute ihren Reiz haben. Und die die Gaming-Welt nachhaltig geprägt haben. Aber der Erfolg des Atari 2 Hansen 600 blieb natürlich nicht unbemerkt. Die Konkurrenz schlief ja nicht. Stimmt, andere Unternehmen wollten natürlich auch ein Stück von Kuchen abhaben. Wie hat Atari auf die Konkurrenz reagiert? Bald kamen neue Konsolen auf den Markt wie Intellivision Odyssey 2 und Colevision. Diese Konsolen boten oft fortschrittlichere Technik und bessere Grafik. Atari versuchte mit neuen Modellen und Innovationen dagegen zu halten, aber der Druck wurde immer größer. Das heißt, der Atari 2 Hansen 600 blieb langsam aber sicher ins Hintertreffen. Ja, und das führte schließlich auch zum Videospiel-Crash von 1980. Oh. Der Markt war mit Spielen übersättigt viele davon von minderer Qualität. Ja. Die Konsumenten verloren das Vertrauen und die Verkaufszahlen brachen ein. Ein trauriges Kapitel der Videospielgeschichte. Bei der Atari 2600 hat ja trotzdem ein beeindruckendes Vermächtnis hinterlassen und die Gaming-Welt für immer verändert. Absolut. Der Atari 2600 hat bewiesen, dass Videospiele mehr als nur ein kurzlebiger Trend sind. Er hat den Grundstein für die moderne Videospielindustrie gelegt und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Und übrigens wusstest du, dass es eine Neuauflage des Atari 2600 für moderne Fernseher gibt. Echt? Das ist ja cool. Da kommt doch gleich wieder die gute alte Nostalgie auf. Ja. Aber bevor wir uns in Erinnerungen verlieren, sollten wir vielleicht mal zusammenfassen, was wir heute alles über den Atari 2600 gelernt haben. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse? Gerne. Der Atari 2600 war ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Er war innovativ. Er hat die Grenzen des Möglichen ausgereizt und er hat gezeigt, welche kreativen Lösungen entstehen können, wenn man mit begrenzten Sourcen arbeiten muss. Stimmt. Die Programmierer haben aus den wenigen Kilobyte Speicherplatz wirklich das Maximum herausgeholt. Genau. Und diese Kreativität, diese Fähigkeit, mit technischen Herausforderungen umzugehen und neue Lösungen zu finden, ist etwas, das uns auch heute noch inspirieren kann. Nicht nur in der Welt der Videospiele, sondern in allen Bereichen der Medienproduktion. Absolut. Manchmal muss man über den Tellerrand hinausschauen und neue Wege gehen, um seine Ziele zu erreichen. Aber wir haben ja gar nicht über die Spiele selbst gesprochen. Welche Spiele waren denn besonders beliebt und einflussreich? Da gibt es natürlich die großen Klassiker wie Space Invaders, Pac-Man Asteroids und Missile Command. Ja. Diese Spiele waren nicht nur riesige Hits, sondern haben auch das Spieldesign maßgeblich beeinflusst. Stimmt. Diese Spiele sind ja bis heute legendär. Aber gab es auch Spiele, die über den Atari 2600 hinaus bekannt wurden? Auf jeden Fall. Adventure zum Beispiel gilt als das erste Action-Adventure-Spiel überhaupt und hat das Genre maßgeblich geprägt. Und dann gab es noch Breakout, das von Nolan Bushnell und Steve Jobs entwickelt wurde, bevor sie Apple gründeten. Wow, das ist ja eine spannende Geschichte. Also hat der Atari 2600 nicht nur die Gaming-Welt beeinflusst, sondern auch die Tech-Welt? So kann man das sehen. Der Atari 2600 war wirklich ein kulturelles Phänomen und hat viele Bereiche beeinflusst. Absolut. Und ich finde es toll, dass wir heute die Gelegenheit hatten, in diese faszinierende Welt einzutauchen. Ja, ich auch. Es ist immer wieder spannend, sich mit der Geschichte der Videospiele auseinander zu setzen. Meiner Meinung. Aber bevor wir zum Ende kommen, fällt mir noch etwas ein. Wir haben ja noch gar nicht über die technischen Details der Atari 2600 Controller gesprochen. Oh ja, die Controller. Die sind ja auch ein wichtiger Teil der Atari 2600-Erfahrung. Absolut. Was war denn so besonders an den Atari 2600 Controller? Die Atari 2600 Controller waren wirklich innovativ für ihre Zeit. Sie hatten einen Joystick und einen Knopf und waren damit viel intuitiver zu bedienen als die Controller der vorherigen Generation. Das kann ich mir vorstellen. Und diese Controller sind ja auch zu einem echten Klassiker geworden. Ja, definitiv. Das Design der Atari 12 in 600 Controller hat viele spätere Controller beeinflusst und ist bis heute wieder zu erkennen. Das ist ja spannend. Also hat der Atari 2600 nicht nur die Spiele selbst, sondern auf die Art und Weise, wie wir Spiele spielen, verändert. Genau. Der Atari 2600 hat viele Standards gesetzt, die bis heute gültig sind. Ein beeindruckendes Vermächtnis für eine so kleine Konsole. Aber jetzt müssen wir wirklich zum Ende kommen. Ja, du hast recht. Es gibt noch so viel über den Atari 2600 zu erzählen, aber wir müssen uns leider begrenzen. Stimmt. Aber zum Glück können unsere Hörer ja in den Shownotes weitere Informationen und Links zum Thema finden. Genau. Da gibt es noch viel zu entdecken. Absolut. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine abschließende Frage stellen. Wie, denken Sie, vergleichen sich die Beschränkungen der frühen Spiele-Technologie mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, vor denen Medienschaffende heute stehen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, es gibt da einige Parallelen. Früher mussten die Programmierer mit extrem begrenzter Hardware arbeiten. Und kreative Lösungen finden, um überhaupt komplexe Spiele zu erstellen. Stimmt. Was mich besonders fasziniert, ist diese Mischung aus technischer Innovation und kreativer Problemlösung. Die Entwickler mussten die Hardware bis zum Äußersten ausreizen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Spiele trotzdem Spaß machen und die Spieler fesseln. Genau. Und diese Kombination aus technischem Know-how und kreativem Denken ist auch heute noch relevant, vielleicht sogar noch wichtiger denn je. Denken wir nun mal an die rasante Entwicklung von Virtual Reality, Augmented Reality und künstliche Intelligenz. Um diese neuen Technologien sinnvoll einzusetzen, braucht es nicht nur Programmierer und Ingenieure, sondern auch kreative Köpfe, die neue Anwendungen und Inhalte entwickeln, die die Nutzer begeistern. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, sondern auch darum, sinnvolle und unterhaltsame Anwendungen für diese Technologien zu finden. Und dabei können wir von den Pionieren der frühen Videospielehrer, wie den Entwicklern des Atari 2600, noch eine Menge lernen. Sie haben uns gezeigt, dass man auch mit begrenzten Mitteln Großes schaffen kann, wenn man nur genügend Kreativität und Einfallsreichtum mitbringt. Absolut. Die Geschichte des Atari 2600 ist ein Beweis dafür, dass Innovation und Kreativität keine Grenzen kennen, selbst wenn die technischen Möglichkeiten begrenzt sind. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute mit uns in die Welt des Atari 2600 eingetaucht bist. Es war mir ein Vergnügen. Und an unsere Hörer. Vergesst nicht, in den Shownotes vorbeizuschauen. Dort findet ihr weitere Informationen zum Thema und Links zu spannende Atari 2600 Ressourcen. Bis zum nächsten Deep Dive.